Samstag, 19. September, 14 Uhr, Stadion, Lu Mühle, Lupik, VfB, Lupik gegen Saarbrücken, 1 zu 1. Lukas Ritter, Domi Gruppé, Nico Rippelé, Sven Minde, Janik Trickmann, Martin Thiel, Rian Maloney, Horvind Ritter, Mariko Balland, Estumate Rhythmie, Patrick Hobsch, Saarbrücken, Daniel Dotz, Marion Sorko, Christo Herr Schrösch, Sven Hilaire, Niklas Szyponowski, Daniel Zitz, Sebastian Wysel, Kriak Heinz Frosé, Mario Müller, Sebastian Jakob, Tobias Jeninke, 23.03 Uhr, Kriak king, David. Kriak hinz…. 23.00 Uhr, 22.03 Uhr, 23.00 Uhr,